Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sheltered, immer noch hier im Hardcore-Modus und Hardcore ging es auch schon bei unserer allerersten Expedition zu Werke. Virginia, Virginia ist ein bisschen angenattelt, aber sie geht schon wieder zurück oder was? Okay, Virginia geht sowieso, ist schon wieder auf dem Rückweg. Ja, aber wir haben ja immerhin so ein paar Sachen entdeckt, Freunde, das ist okay. Na, wir haben hier noch, guck mal, eine Fabrik, Eisenbahnladen, Tankstelle, Apotheke, also wir wissen jetzt, dass hier eine Stadt ist und wo hier was ist. Ja, und da werden wir das nächste Mal noch ein bisschen gucken, sie ist jetzt schon auf dem Rückweg, was gar nicht so schlecht ist. Zum Erkunden war das gut, hat natürlich ordentlich Wasser gekostet, hat uns keinen Brennstoff gebracht, leider. Das ist ein bisschen schade. So, aber immerhin. Nein, wir werden davon schleichen. Kein Bock hier mit Fremden zu sprechen. So, und die Katze hat schon wieder Hunger. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir haben noch ordentlich was am Start. Kein Problem. Kein Problem. So. Okay, wir wollten den Generator noch reparieren, das macht mal der gute Karl. Und sie geht mal schlafen und du gehst, weiß ich auch nicht, Wasser einsammeln, Wasser einsammeln. Was machen wir mit Clemens? Wir müssen da eigentlich mal was trinken, ne? Demnächst. Auf jeden Fall. 60 Prozent. So, auch wieder reparieren die Dinger hier. Und da haben wir schon ein Tierchen. Gut. Generator wird repariert. Dann die Wasserkondensatoren auch. Mh, bequemes Bett. Ja, alles gut. Alles gut. Wir gucken jetzt erstmal, was wir hier noch erhandeln können. Mich interessiert aber, wie es mit Virginia geht, ehrlich gesagt. Das geht ihr gut. Geht ihr gut. Die wird das Ganze auf jeden Fall überleben. Das ist doch schon mal gut. Irgendetwas ist hinter mir her. Hilfe. Lass mich bitte rein. Ich brauche einen sicheren Unterschlupf. Nein. Die Virginia hat überlebt, Kenneth. Sonst wärst du durchaus eine Option gewesen. Aber da muss ich hart bleiben, Leute. Da müssten wir auch erstmal hier das Ding aufrüsten und so. Was war könnten theoretisch? Ich weiß. Ich weiß. Aber... Nein. Nein, 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 nein. So. Na, noch geht es der Katze ganz gut. Und sie wird gleich den... Das Radio übernehmen. Die Clodine. So. Clodine wird Funkspruch abgeben für Händler. Und er wird ein wenig Wasser trinken. Und dann machen wir hier Fliegen im Wechsel. In 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Ah ja. Fast. 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 Hat fast geklappt. So. Boxsack wird repariert. Wunderbar. Von Karl. Und der wird jetzt seine Stärke nochmal auf 12 erhöhen. Ach, jetzt, wo wir natürlich die Gebäude kennen, vielleicht sollten wir mit Karl auch mal losstrapsen. Das nächste Mal mit Karl alleine, weil der einfach Stärke und Geschick halt ein bisschen besser ist, ne? Charisma hat er natürlich nicht viel, also der wird dann viel kämpfen müssen. Der wird die Fäuste und das Brecheisen sprechen lassen müssen. Vermute ich. So, geh mal schlafen, mein Junge. Alles gut. So, was machen wir mit der Katze? Die müssen wir füttern. 20 von 20. Ich dachte, die Katze kriegt hier immer... Stehe ich nicht. Egal. Stufeanstieg. Wunderbar. An einmal können wir noch. So, sie wird als nächstes mal die Katze füttern. Nach dem Reparieren. Und dann das neue Fleisch hier holen und den Fallstrick mal neu machen und so weiter und so fort. So, tipptopp. So, Karl ist müde. Das ist der wird danach schlafen. Wunderbar. Wer kommt hier mit Hut? Der Jason. Okay. Okay, Jason, mein Freund. Immer schön geschmeidig bleiben. Wir gucken uns nochmal die Karte an. Gina geht's gut. Sie kommt jetzt. Wird jetzt hier die Kirche noch abgehen. Das kleine Haus noch abgehen. Den Bauernhof noch abgehen. Und dann denke ich, werden wir da ganz gut was am Start haben. So, täglicher Verbrauch 0,8. Okay. Wir haben den Verbrauch gesenkt. Das ist gut. Scharniere und Rohr. Na gut. Okay. Kohle wäre nice. Freunde. Ach. Kaum sage ich es. Kriegen wir es. Na tipptopp. Riecht geil. So. Das nehmen wir uns auch nochmal mit. Die Patrone brauchen wir nicht hier wirklich. Wir haben aktuell noch keine Waffe gefunden. Wir nehmen uns hier nochmal ein bisschen Zement mit. Oder machen wir es so. Ist schon okay. Oder so. Linsen. Brauchen wir nicht unbedingt. Ne. Komm, wir lassen die Linse hier. Wir nehmen das noch mit. Und dann handeln wir. Jawohl. Objekte verbrennen. Komplett. 120 Stunden. Kann man doch komplett reinhauen, oder? Warum denn nicht? Zack. So. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Verbrauch von 0,0. Und hier 0,9. Reicht also für 5 Tage. Pi mal Auge. Ist auch schon mal gut. Schwerer Sandsturm an der Oberfläche. So. Sie wird jetzt die Katze füttern. Das ist gut. Ja. Auch rechtzeitig auf jeden Fall. Gucken wir mal. Also wir haben jetzt Fleisch 14 und 20 Dusenfutter. Mal sehen, was wir der Katze jetzt geben. 13. Ach. Jetzt kriegt sie Fleisch, die Katze. Warum? Vorher hat die immer Dosenfutter gekriegt. Das verstehe ich nicht. Wie, wie kann man das beeinflussen? Kann man hier irgendwie... Nein. Nein. Rechts. Ne. Ich dachte, wir können das vielleicht irgendwie beeinflussen. Womit das da gefüllt wird. Aber offensichtlich nicht. So, das nächste Tier kommt. Das ist ja nice. Das ist ja hervorragend. Sehr gut. So, Karl, mein Freund. Du wirst mal die Toilette benutzen und anschließend ein bisschen trainieren. Und du könntest mal was essen eigentlich, ne? Ja. Jetzt ist alles nichts. So, was haben wir denn hier? Oh, Ort durchsuchen. Ja, nice, nice, nice. So, wir sind bei 33 Wasser. Also alles gut eigentlich. Sehr gut. Moment, 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 Moment. Wir werden das Ding jetzt hier wieder zerlegen. Und anschließend neu bauen. So. Alles gut. Wunderbar. Kann man hier noch Objekte untersuchen. Na ja, immerhin. Immerhin. Oh, der Kleine hat eine Lebensmittelvergiftung. Hätte ich mir fast denken können. So, guck mal her. Okay, gucken wir mal. Ja, ein Deal. Leder brauchen wir nicht. Oh, noch mal Kohle ist gut. Und Ventile sind gut. Und Wolle, meine ich, ist eigentlich auch gut. Haben wir nämlich lange nicht bekommen. Motoren. Motoren brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Äh, doch, brauchen wir auch, Leute. Brauchen wir auch. Und wir hauen jetzt raus. 30, 60, 60, 64, 68. Nice. Jawohl. Jetzt haben wir natürlich zwei Stacks Federn. Hm, hm. 47 von 82 Slots haben wir benutzt. Okay. So, was macht die Kleine? Die baut jetzt, warte, warte, warte. Die baut jetzt wieder einen fortschrittlichen Fallstrick. Nehme ich genau hier hin. So, vielleicht haben wir 15 von 20. Im Prinzip brauchen wir das Tier da uns noch nicht zu holen. Machen wir auch nicht, Leute. Das lassen wir da noch als Vorrat. Also, sechs kriegen wir ja mindestens, oder? Also, fünf ist ja das aller Minimum. Aller kleinste Minimum. Äh, von daher. Lassen wir das mal so. Und wir haben ein bisschen Regen. Schwarzer Regen. Vielleicht könnte man da ein bisschen Öl rausfiltern. Das wäre geil, oder? Wenn man da Öl filtern könnte. Fände ich gut. So. Haben wir da zwei Tiere? Krass. Hm. Na gut, aber ist ja kein Problem. Ist doch gut. Das ist halt zu wenig. Und es ist ja auch ein kleines Vorratslager da oben. Also, alles gut. Hier scheinen Leute solche anhalten. Ja, klar. Komm, wir sprechen mal mit denen. Wir können ja auch handeln. Wir haben ja Schrott dabei. Zum Handeln. Der sieht verrückt aus. Michelle. Michelle. Könnte ein Junge sein. Könnte auch ein Mädchen sein. Man weiß es nicht. Äh, wir versuchen es mal mit Handeln. Wie Handel beendet. Ja, klar. Wir handeln. Oh. Wir haben einen Benzinkanister gefunden. Das ist ja fantastisch. Und zwar direkt bei uns in der Nähe. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah ist. Gibt es da nicht so ein komisches Sprichwort? Oh. Ich glaube, wir könnten echt die ganze Zeit hier im Bunker bleiben. Da kommt Virginia schon. Wie geht es ihr denn? Ah, kann man nichts machen. Kann man uns noch nicht angucken. Gut. Alles klar. Das Bett sieht gut aus. Was machen wir mit Clemens? Was machen wir mit ihr eigentlich? Sie müssen mal was trinken. Er geht sofort wieder boxen. Jawohl. Und hier. Wir haben 46 Wasser. Also wir sind im Prinzip wieder auf einem ganz guten Stand. Muss man sagen. Ich denke, ich verbrauche 0,9. So. Die Brennkammer verbraucht natürlich auch mehr. Der Brennofen. Das ist jetzt meine Vermutung. Ach. Okay. Wir sollten mal noch ein Vorratsregal bauen vielleicht. nicht, hä? Das wäre doch mal eine Option. So. Anzug zurücklegen. Einmal schlafen. Könnten wir. Was könnten wir denn mal bauen? Noch ein Vorratsregal. Muss ja nicht so groß sein. Das ist ja groß. Das ist groß. Äh. Wollen wir mal Objekt fertigen? Jetzt wird auch das Ding reichen, oder? Für 20 Nahrungsrationen. Ich meine. Oder das 7,5. Und das. Also wenn wir das mal 3 nehmen. Bauen wir mal 9 und 12. Und das mal 2. Das 10 und 14. Also das ist preis-leistungsmäßig schon stärker, ne? 30. 20 reicht auch dicke, glaube ich. Wobei wir hätten hier natürlich Platz für... Ach, Mensch. Ist ja auch schwierige Entscheidung hier. Holz und Nagel. Ist natürlich auch was, was war... Ne, hat sich schon erledigt. Nehmen das Kleine. Zack. Ähm. Wer baut denn das? Ach, die kleine Schläferin. Ne, das kann doch der Karl bauen. Komm her, mein Freund. Scheiße jetzt. Das ist da... ...quasi wie so eine Baustelle... ...gespeichert. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Ah, okay. Warte mal. Können wir ihn denn da dran setzen irgendwie? Fortsetzen. Ach, so geht's. Okay. Alles klar. Womit schon lernt man immer noch was dazu, oder? So. Bevor jetzt die Ratten kommen. Sollten wir vielleicht mal... Äh. Oh, die muss was essen. Guck mal, sie wird mal hier... ...Nahrung essen. Ne Büchse. Schöne Büchse. Fleisch. Hm. Anschließend wird geschlafen. Äh, Jerry, mein Freund. Nein. 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 So. So, was macht Karl? Der trainiert noch ein bisschen... ...und dann schicken wir Karl nochmal auf eine Expedition. Das wäre jetzt so mal eine Idee. 52 Wasser. Das kann man schon machen. Einmal da unten. Einmal da unten hin. Äh... Es wäre natürlich auch noch eine Idee. Wir können ja so Schutzwesten bauen. Hier. Guck mal, eine gute Schutzweste. Oder hier so eine Spitzenschutzweste. Drei... Das wäre nochmal eine Option. Das würde ich sogar machen, Freunde. Das würde ich sogar... ...würde ich sogar machen wollen. Ehrlich gesagt. ...dass wir hier eine große... ...ne tolle Schutzweste uns bauen. Einfach um den Karl... ...zu schützen. Weißt du? Wenn wir mit ihm auf Expedition gehen... ...das machen wir mal. Baut der Karl jetzt zusammen. Sehr gut. So. Und Charlotte. Die muss, glaube ich... ...das Ding zerlegen wieder mal. Ah, jawohl. So. Der Karl baut sich jetzt... ...ne schöne Schutzweste. Schauen wir... ...15 am Start. 19 von 40. Mal gucken. Meine Theorie ist ja jetzt... ...dass wir jetzt der Katze... ...wieder das... ...geben. Ich weiß es nicht. Vorher hat sie immer Dosenfutter bekommen, weißt du? Das war uns ja eigentlich ganz recht. Weil das Dosenfutter natürlich im Handel... ...nicht so viel wert ist wie das Fleisch. Allerdings, wenn natürlich... ...wir ein Stromproblem kriegen... ...und uns das ganze Essen verdirbt... ...dann freuen wir uns, dass wir noch Dosenfutter haben. Also es... ...hat schon auch eine Daseinsberechtigung. So. Dann kann er jetzt schlafen. So. Sie muss auf jeden Fall mal was trinken. Dann kann sie ja hier... ...Umspruch abgeben für Händler. Zack. Das war ein guter Wechsel. Sehr, sehr gut. So. Dann nimmt er nämlich die Brechstange mit. Und dann gibt es Nahkampf-Action hier mit Karl. Stärke 12. Können wir noch auf 13 hochgehen, ne? Können wir noch auf 13 hochgehen. Na, der geht erst mal schlafen. Steven. Fragt, ob wir was zum Handeln haben. Haben wir. Oh, ist das geil? Ist das geil im Verbandskasten? Zack. 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 Gar kein Problem, Leute. Transistor und Batterie. Transistor brauchen wir nicht. Batterie brauchen wir. Könnten wir noch mal nehmen. Können sie auch lassen und nehmen hier noch so eine Schaltplatte mit. Wie sieht es denn aus mit Wolle, Freunde? Wo ist die Wolle? Wo ist sie denn? 21, das ist eigentlich okay. Das ist okay. Dabei. Würde es ja fast so machen, Leute. Ähm. Und dann von mir aus noch. Ja, so. Und. So. Weißt du? Ja. Sehr nice. So. Charlotte wird sich mal den Anzug nehmen. Und hier. Was macht Clodine eigentlich? Die muss reparieren, bitte. Und er muss auch reparieren. Ein bisschen reparieren. Clodine, du sollst jetzt mal wieder die Falle leeren gehen. Gucken wir mal, wie viel Fleisch wir da rauskriegen. Wir haben ja eben ordentlich was. Ausgehauen. Aber. Ach, guck mal. Hier haben wir wieder. Mal fünf Kohle. Die heben wir uns aber erstmal noch auf. Und Brennstoffe sind wir auch wieder bei drei. Das ist auch okay. Also. Das läuft, Freunde. Das läuft. Wir haben jetzt eine Schutzweste. Das heißt, wir könnten wirklich eine Expedition wagen. Mit. Acht haben wir bekommen, ne? Holy moly. Alter, Falter. Das ist ja geil. Das ist ja stark. Sehr gut. Na, Mensch. Da lassen wir es. Was war das da noch drin, das Tierchen? Ist doch gut. Wunderbar. So. Hier wird schön repariert. Hier wird nach Händlern gerufen. Er ruht sich aus. Wir wollten ja ruhig noch einmal. Warte mal. Wir machen mal hier erstmal. Nochmal Wasser einsammeln. Wasser einsammeln. Und werden dann nochmal eine Runde trainieren. Was wir ihn zumindest auf Stärke 13 kriegen. Und dann gucken wir mal. Aktuell. Also die hatten keine Schusswaffen und so. Also ich glaube noch haben wir ganz gute Chancen bei unseren Expeditionen. Umso geiler wäre es natürlich, wenn wir zu zweit gehen könnten. Aber das können wir uns wassertechnisch echt nicht erlauben. Es ist kaum Regen. Ja, es ist ein riesen Wasserproblem. Dann noch eine Riesenkarte, wo du einen Arsch voll Wasser brauchst. Also ein Trinkschlauch voll Wasser. Was? What the fuck? Äh. Ja, ich will mich ja vorbereiten. Wie kann ich mich denn vorbereiten? What? Angreifer im Anmarsch. Ich kann ja nichts machen. Wir können keine Fallen, äh, äh, machen. Ich kann keine Leute steuern. Die werden jetzt hier gleich reinkommen. Und uns hier wahrscheinlich irgendwelche Sachen kaputt machen. Oh, jetzt geht's. Jetzt. Die Kinder weg. Die Kinder weg. Und ihr nach vorne. Komm. Ihr nach vorne, Leute. Weil ihr seid die Starken. Ihr seid die Starken. Kinder nach unten. Okay. Karl ist vorne. Können wir den mit irgendwas ausrüsten? Glaube nicht. Ah, jetzt haben wir unsere Camper vorne, Leute. Einmal Stärke 12 und einmal Stärke 7 sind vorne. Tja. Die könnten ja hier nochmal ganz in die Ecke gehen vielleicht, oder? So, jetzt ist die Frage. Werden die kommen? Andrew und wer ist das noch? Laura. Haben wir denen irgendwas getan, Leute? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, die kloppen uns jetzt die Tür kaputt. Verdammte Zeitverschwendung. Ja, nice. Ja, geil. Das war's, oder was? Ja, cool. Haben wir auch nochmal Schwein gehabt. Ei, 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 ei. So, dann blende ich mir mal wieder alles ein. Mal, werde mal ein bisschen Wasser trinken. Und mal Fleisch essen und hier mal die, äh, reparieren, die Tür. Ich bin erschöpft. Ja, das glaube ich. Das glaube ich dir, Clemens. Oh, Clemens ist auch fertig. Wir sind jetzt also fertig, so durstig und müssen schlafen und so. Was ist denn da los? Ganzes schöne Wasser. Mensch, da haben wir noch einen ersten Raid, überlebt. Geil. Karl hat eine Lebensmittelvergiftung. Okay. Das ist nicht so schlimm, weil... Er wird jetzt eh ein bisschen trainieren. Und sie wird mal bitte... Auch mal für Händler hier einen raushauen. Und da kommt das nächste Tier. Das heißt, wir können jetzt wieder ordentlich Fleisch raushauen, Leute. Catherine, willst du uns runterkommen? Nee. Stärke 4 schon mal gar nicht. Auch wenn natürlich Charisma 14 ist nice, ja, Catherine. Aber ich sag mal so, wenn hier Leute in unserem Bunker wollen. Ich glaube, die wollen dann nicht mit uns quatschen. Sondern die wollen wirklich dann uns platt machen. Tja. Gut. Okay. So, sie ist ausgehungert. Okay, okay, okay. Er bricht jetzt. War klar. Karl hat erhöht Stärke. Im Prinzip fände ich es super, wenn er jetzt noch eine Expedition machen würde. Mit Karl. Und zwar hier nach... Nach da unten, ne? Guck mal hier. Tankstelle. 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 So, 37 Wasser. Das ist okay. 38. 39. 39 Wasser. Boah, so ungefähr ist das schon okay. 39, ja. Da sind wir hier aber ganz gut. Mal, wenn wir das noch so ein bisschen verhutzeln hier. Verhutzeln im Sinne von verschieben. Und das fein planen. Dann könnte das klappen. So, und dann nehmen wir uns auf jeden Fall das Ding mit. Das Ding mit. Das Ding mit. Und das Ding mit. Und dann sind wir eigentlich gut ausgerüstet. Und wir nehmen uns ruhig noch einen Verbandskasten mit. Heilen bei Verwendung. Außerdem Blutungen. Hier ziehe ich es in der Gesundheit. Das machen wir jetzt. Jawohl, Freunde. Und damit verabschiede ich mich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Numi. Hallo, με heilen bei Verwendung. Bis dahin. Ich